Guten Morgen und willkommen zurück bei meinem Let's Play! Wir werden uns heute Level 4 anschauen, äh, ja, Level 4 und vielleicht auch Level 5. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum bin ich schon bei Level 7, dann liegt das daran, dass ich diese Level bereits gespielt hatte, allerdings hat sich FRAPS zwischenzeitlich verabschiedet, was ich nicht mitbekommen habe, deswegen darf ich sie jetzt nochmal anspielen, yeah! Und es geht gleich los! Und wir haben zwei Blumen, yeah! Und was zur Hölle? Aufs zu lecken! Ach, so, ich soll das aber nicht sein! Hey! Hey! Schau, wie peich heute! Ja, da muss ich nochmal kurz unterbrechen und nachschauen, was da... Und weiter geht's! Man sollte halt die ressourcenfressenden Programme vorher schließen, bevor man aufnimmt. Zumindest wenn wir jetzt so einen hohen Aufluss aufnimmt. Und yeah, noch eine Blume! Ich hab zwar schon zwei, aber, oh, egal! Yeah! Mit Blumen ist das viel einfacher als nur mit Pilzen. Und noch mehr Menschen und ein Leben, yeah! Konnte man da nicht irgendwo rein? Ja! Eben nicht! Stirb! Wo ist das rum? Oh, ich hasse diese Pflanzen, aber... Okay, komm! Komm! Yeah! Nee! Konnte man nirgends wo rein? Nein! Konnte man nicht! Konnte man nicht, oder? Halt! Nee! Komm! Nirgends wo rein! Die sind bloß der Degu! Grafische Extras! Oh! Giftpilz! Giftpilz! Knollenblätterpilz oder sooo! Oh! Nicht in die Gegner springen! Nicht in die Gegner springen! Dann geht's da rüber! Ha! Da konnte man nirgends! Oh! War ja klar! War ja klar, dass ich irgendwo wieder nahe rennen muss! Irgendwo immer! Das wollen wir umgehen, das Ding! Das Böse! Das sind wie diese... Brennenden... ...Qallen! So wie man die genau darstellen soll! Und... Ah! Das... Das ist schlimm heute! Warum denn das heute so? Gestern ist besser! Oop! Ok, da waren ja auch noch Münzen drin! Die nehmen auch noch mit! Jawoll! Leben werden mich noch sehr viele brauchen! So wie ich spiel! Und gestern gespielt hab! Ha! Zum Glück hat man das nicht gesehen! Kann ich richtig... ...froh sein, bis er das nicht aufgenommen hat! Und nicht da rein! Nein! Kein nix vorbei! Nirgendswo! Pfff! Oh man! Spring! Und dann auf! Was war da oben noch? Was war da oben? Ah ja! Noch mehr Münzen! Und ne Qualle! Die mich nur wieder töten, wenn ich... Huiii! Insteckswo kann man... Die Blöck kann man nicht mitnehmen! Voll langweilig! Ah! Aber den Gegner! Das kann man reinspringen! Ja! Das kann ich inzwischen sehr gut! Oh! Und dann über... Na auf! Geh weg! Geh weg! Ah! Ja! Ja! Ich hab's aber geschafft! Ohhhh! Ich glaub's nicht! Ich hab zwei Blumen! Und kurz vorm Ende des Levels verreck ich! Och! Ist doch ne euer Angst! Ah! Naja! Also noch ein Versuch! Weil's so schön war! Ah! Lauf! Pilz! Ich will den Pilz! 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 Yay! Ah! Ah! Versammel ich die Pilze überhaupt? Ich verliess sie eh gleich wieder! Münzen! Ich werd noch sehr viele Leben brauchen! Sehr sehr viele! Geh dann auf! 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 Rein damit ihr! Rein! Rein! Ach verdammt! Jetzt muss ich schon wieder wat! Mensch! Nein! Ich bin zu unfähig da drüber zu springen! Na geh doch! Dann spring mal drauf! Vorsichtig! 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 Kein Kommentar! Jetzt aber! Jetzt aber! Jetzt! Da drüber! Da drauf! Ja! 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 Bester Freund und Helfer! Held 4! Komm! So schwer war die doch gar nicht! Jetzt hab ich wieder meinen komischen Klamotten an! Und ich immer noch nicht weiß was genau das darstellen soll! Hat aber irgendwas für eine Matrosen finde ich! Was geht denn mal an mit? Komm! Yeah! Feuer! Ich bin voller Pyramane! Fällt mir grad weiter auf! Was werf ich da überhaupt? Komische Feuer! Wo hab ich die überhaupt her? Mein hat ja in seiner Tasche einen riesigen Haufen Papier! Äh ja! Kugeln! Die man da die ganze Zeit wirft! Oder anzündet und dann wirft! Oder! Woher hat er die? Muss er doch irgendwo hin! Ja! Ach komm! Ja da kann ich ja auch welche schmeißen! Yeah! Schmeiß ganz viele davon! Dann schaff ich den Level vielleicht! Ey das ist ne Strategie! Klingt gut! Ich bin schneller als er gefilzt! Ah! Feuer! Yay! Es verwirrt mich immer dass man da nicht durchkommt! Und Münzen! Und Münzen! Noch mehr Münzen! Nicht grill ich tu! Yeah! Nicht die rote Münze! Und noch mehr! Ah! Komm! Geh weg! Geh weg! Jawoll! Ja! Und dann! Nein! Nicht an Unterfahrt! Nicht! Nicht in die Gegner fallen! Ha! Hab sie erwischt! Das ist mein Stück! Ach komm! Schiebung! Beschiss! Wow! Puh! Da stand ich ganz schön in der Luft eben! Mann bin ich winzig! Feuer! Noch mehr Feuer! Yay! Feuer! Feuer! Ach komm! Verbrenne! Komisches! Knäuel! Nu sollte er wieder aufnehmen! Spinnt hin und wieder weg! Scheiß Programm da! Aha! Stirb! Du törest mich nicht doch mal! Läuft doch! Läuft richtig gut! Yay! Genau den Gegner wollte ich treffen! Ah! Diese komische Stacheldinger, ey! Beenden bei den Level, die wir da hinten gab! Es eh nichts mehr interessantes! Und... erst mal speichern!